Schönen guten Tag meine Damen und Herren, jetzt für eine weitere Folge Jutke Dizzy, auch in diesem Monat gibt es eine weitere Folge für Sie und wir ballern heute richtig ein Los. Und deswegen gehen wir jetzt nach Misano, ins italienische Ai Caramba Ole, meine Damen und Herren, tun Sie mir bitte einen Gefallen, bitte holen Sie sich eine Sonnenbrille raus. Ich muss ganz kurz noch eine Sache anpassen, da können Sie währenddessen erstmal sich eine Sonnenbrille holen. Ich muss selber erstmal meine Sonnenbrille fertig machen hier. So, jetzt gehen wir aber mal ganz kurz rein, dass wir uns den Bums hier mal angucken können. Verdammte Hange nochmal, wir sind in Misano am Sonnenbrille auf, los hier hinten. Ich werde ja wahnsinnig. Junge, da schwitzt mir das aber unter der Tapete. Ich habe oben unter den Kopf eigentlich eine halbe Sauna. Was passiert denn hier? Oh, wer hätte das denn kommen sehen? Also bei der Spiegelung sehr schwer sehbar. Ei, 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 ei. Was für ein Torpedo. Was für ein Torpedo. Ja, ich sag's wie es ist, ne. Ich meine, da müssen wir ja nicht lange diskutieren. Das ist auf jeden Fall mal ein Bömmchen. Ich sag's wie es ist. Auch mal mit ein bisschen Humor gehen wir hier rein. Da hat einer die Taucherbrille ein bisschen zu eng geschnallt. Der hat ein bisschen zu eng die Brille angeschnallt. Die Taucherbrille. Also da müssen wir, glaube ich, nicht großartig diskutieren. Das ist Corsinger Collision und es sind 0,6 meine Damen und Herren. 0,6 gibt's da abgezogen. Kann trotzdem auch immer alles mal passieren. Nicht? Wir lernen alle erst die Grenzen der Autos kennen. Muss man sagen. Wäre schön, wenn's nicht passiert. Also das ist schon ein bisschen, ein bisschen sehr arg doll. Sollte eventuell ein bisschen weniger vorkommen. Aber das Schöne ist, durch unseren kleinen Zwischenfahrer jetzt gerade, haben wir die Folge doch noch auf eine angenehme Länge gezogen. Oh ja, wir müssen ja auch Content machen. Oh, Jury meine ich natürlich. Eieieiei. Oh, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Österreich. Spielberg. Das Energielevel ist auf Maximum Sonne heiß. So heiß, dass man vielleicht beim Fahren nicht ein bisschen, naja, nachdenken kann, um die richtige Entscheidung zu treffen. Deswegen passieren solche Dinge. Der ist stets und so verdächtig krumm, der Wagen da vorne. Die Intention vom Ford war wirklich gut. Aber es ging hier vorne schon los. Pass mal auf. Seht ihr, dass er nochmal einmal kurz so ein bisschen rüber wollte? Passiert. Ist nicht schlimm. Aber war kurz der Lenker drinne. So. Seine Intention total gut. Sag ich, wie es ist. Steht auf der Bremse. Rutscht auf dem Apex drauf und sagt sich so, okay, scheiße, Auto ist einigermaßen safe. Ich versuch mal rüberzufahren. Das Problem ist bei, also hier an der Stelle, bei bewegenden Autos hat der Mensch, der von hinten kommt oder der Fahrer, der von hinten kommt, Schwierigkeiten drauf zu reagieren. Und genau aus diesem Grund ist das jetzt hier passiert. Ne? Also, ist eine Verkettung von beschissenen Ereignissen und ein, zwei falsche Entscheidungen, die man getroffen hat. Ist aber jetzt hier an der Stelle, ja, ein unsafe rejoin und causing a collision. Aber am meisten Kraft, und das sage ich einfach, wie es ist, weil das wirklich so ist, das ist einfach, dass die maximale Kraft, die ich kriege, ist nicht, dass der, dass der Ferrari drauf reagiert, sondern dass der Porsche den auch noch weggnallt. Das gibt mir maximale Kraft. Das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, also, selbst mit Single Screen Bagger, den hast du bitte gesehen, oder? Das gibt mir einfach nochmal maximale Kraft, dass das nochmal passiert ist. Und der Ferrari hat wirklich alles gegeben, also wirklich alles gegeben, um vernünftig um die Runde zu kommen. So, jetzt mal gucken. Den Text lese ich nicht vor, der da drinnen steht. Das lassen wir mal außen vor, meine Damen und Herren, weil schön wäre der nicht. An der Stelle, ohne den Text vorzulesen, möchte ich ihn mitgeben auf den Weg, falls Sie irgendwann mal da draußen reported werden, bitte denken Sie darüber nach, was da passiert ist. Nehmen Sie sich die 5 Minuten Zeit, denken Sie bitte darüber nach, was auf der Rennstrecke passiert ist, warum sie reported wurden und ob es eventuell der Fall sein könnte, dass dieser Report berechtigt ist. Jetzt muss ich kurz gucken. Ei, oh, diese Folge kann einfach nicht besser werden. Diese Folge kann nicht besser werden. Wir waren Misano, wir waren in Monza, wir waren in Zolder, wir waren in Spar. Es gibt ja wirklich nicht mehr viel, was dieses Hotpourri an Fällen noch abrundet. Aber stellen Sie sich mal vor, Südafrika, Südafrika, feinstes Wetterchen, Lampen wurden schon ausgemacht und wir rasseln gerade wieder richtig schön geradeaus durch. Es ist gerade green, 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 green und alle so los, 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 los. Und ich möchte hier nochmal einen meiner besonderen Kollegen da draußen zitieren. Seinen Name, den muss ich nicht aussprechen. Sie werden ihn kennen. Aber auch hier an dieser Stelle gab es schon mal so einen Moment, wo er in der Startphase, in der Aufwärmrunde, seine, naja, Fähigkeiten demonstrierte und sagte, ah, dann mache ich das und dann fahre ich da lang und dann bremse ich mich einfach durch und zack, die Bohne, habe ich sie alle überholt. Vielleicht kommen Ihnen diese Worte bekannt vor. Schöne Grüße gehen raus. Namen möchte ich nicht aussprechen. Aber eventuell passiert da ja sowas. Und jemand hatte diesen Gigaplan. Schauen wir mal. Ich möchte übrigens kurz anmerken, falls Ihnen das nicht aufgefallen ist, das ist ein Endurance-Rennen. Ich möchte extra nochmal anmerken, das ist ein Endurance-Rennen. Und das ist gerade Runde 1. Gucken Sie mal, die Bremse können Sie nicht sehen. Da wurde nochmal die Bremse gelöst und dann wieder drauf gemacht. Die Bremse wurde gelöst, um dann danach nochmal wieder drauf zu drücken. Meine Damen und Herren da draußen, solange Sie nicht um Tausende von Euros fahren und Ihren Lebensunterhalt auf der virtuellen Rennstrecke verdienen, tun Sie mir bitte einen Gefallen und werden Sie etwas ruhiger in der Startphase. Denken Sie einfach daran, die Reifen sind noch kalt und das wird fast in jeder Simulation simuliert. Ihr Bremsverhalten ist ein anderes und wenn vor Ihnen einer ist, sind die Bremspunkte auch anders. Bitte behalten Sie das immer im Kopf und Sie werden auch nicht in Runde 1 und Turn 1 das Rennen gewinnen. Werden Sie nicht. Machen Sie ruhiger. Manchmal ist weniger mehr. So dumm das auch klingt, das musste ich auch erst lernen, manchmal ist weniger mehr, weil das hier, das hätte man vermeiden können. Hier ist kein Massencrash entstanden, aber auch das ist nicht einfach nur No Further Action oder ein Rennunfall, weil ich sag mal so, der Aston Martin hat davon definitiv Schaden davongetragen und muss mit dem Schaden jetzt einst hinfahren. Weiß der Geier, was danach noch passiert ist. Aber das geht so nicht. Das ist Causing a Collision in Lab 1 und das wird abgedrückt. Manchmal würde ich Ihnen da draußen wirklich sehr, sehr gerne die Texte vorlesen, die ich hier zu lesen kriege, aber aufgrund von Datenschutz können wir das nicht machen, weil dann würden Sie sich so hart an die Stirne fassen, dass wir ein Erdbeben haben würden im mitteleuropäischen Raum, weil es alle zur gleichen Zeit so hart klatschen würde, dass die Welt anfängt zu vibrieren. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle, damit möchte ich die Folge abschließen. Grüßen Sie sich in die Vergangenheit, Grüßen Sie sich in die Zukunft. Ich habe heute noch ein bisschen was vor. Wir müssen jetzt gerade hier so ein bisschen zeckeli, zeckeli, zeckeli machen. Aber was ich trotzdem sehr schön finden würde, ist, wenn wir sachlich in den YouTube-Kommentaren über die ganzen Fälle eventuell diskutieren könnten und schauen können, was da für Sie eventuell für Ergebnisse dabei rauskommen. Denn dadurch können wir uns alle ein bisschen weiterbilden und auch ich kriege manchmal eine andere Sicht auf gewisse Dinge, weil ich bin auch nicht perfekt und kann mich mal verschauen. Und die Rego kann das auch tun. Also deswegen, bleiben Sie geschmeidig, bleiben Sie sachlich, gehen Sie nicht auf Mountainbike. Schönen Tag noch. Ciao. Kakao. Bis dann.